hallo leute hier ist euer daniel ja wie ihr seht das video kommt ziemlich spät ja tut mir leid aber ich war in der sauna und naja gut die ernte kam auch generell zu spät so wer generell zu spät gekommen ja dann aktivieren wir mal die blaue galaxie leider habe ich vergessen das zu verdoppeln das macht nichts wir wollen das verdoppeln dann gucken wir mal ob wir jetzt noch massive gibt es dann kriegen wir ja schön und 1 kann man noch verdoppeln cool ein einziges dann ja natürlich das hier ach so okay so halt weitermachen machen wir natürlich die ase das riecht nicht auf die schnelle fahrt der vierte ich muss ja ein bisschen kämpfen Hmm. Dias, 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 diamantes, los. Dias, dias. Dias, dias, dias. Dias, dias, dias. Dias, dias, dias. 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 Vielen Dank. Ja, die Kiste ist weg, wir haben alles eingesammelt, alles in die Arsche gestoppt. Okay, sehr schön. Ja, haben wir auch gemacht. Zeit ist auch gleich rum, tut mir leid, das muss ich noch machen. Ja, hat sich auch erledigt, dann tun wir mir auch ein bisschen helfen. Ja, dass ich nicht so viel gequatscht habe, naja gut, okay. Ich musste mich leider ein bisschen schnell darauf konzentrieren. Ah, cool, nächste Questaufgabe. Ist auch gleich fertig, cool. Kommenbruch um 43 Sekunden. Kommenbruch um 43 Sekunden. Kommenbruch. Das auch. Münzen. 5,4,3,2,1,0. Eine Produktionsstätte, dann ist Zeitalter zu errüsten. Okay. Lalalalalala. Hä? Okay. Ja. Okay. 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 Und einer des Wurzpunkte ausgeben. Na toll. Okay. technisch gesehen geht alles was man schief gehen kann die reihe ist auch sinnvoll oder nicht sinnvoll na gut die ganze zeit ausgegeben hätte ich das jetzt nur gewartet na ja wir haben ja noch das haben wir auch hier in die arsche ein den rest mache ich mit dem handy aus bin ich müde auf wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal